Was hast du für eine Beziehung zu Schokolade? Eine sehr tiefe. Schokolade ist extrem fein. Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man es isst. Und ja, schön. Was hast du für Kindheitserinnerungen mit Schokolade? Ja, Schokolade ist für mich vor allem für Weihnachten speziell gewesen. Dann durfte man am Weihnachtsbaum die Schokolade runterlesen. Und die Brüche sind immer recht hoch hoch, damit ich sie nicht verwirrt hatte. Und ich habe mich kreativ lassen, inspirieren und dann etwas runtergehalten. Was würdest du für einen Vorschlag Gaei geben für eine neue Kreation? Eine neue Kreation von Gaei? Ja, viel mehr können sie gar nicht mehr verbessern. Sie sind sehr, sehr fein und ich denke, ich bin Treuekunde von Gaei.